Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute mit Christian und Sascha und heute am 16. Februar hat, wer Geburtstag? John McEnroe hat Geburtstag. Wolltest du eigentlich sagen? Wollte ich eigentlich sagen. Aber es ist okay, John McEnroe hat Geburtstag. Warum schreist du denn so? John McEnroe hat Geburtstag. Der hat auch immer so geschrieben. Der hat auch immer so geschrieben. Oh, der hat immer auf dem Platz rumgebrüllt. Wusstest du, John McEnroe, 1959 geboren in Wiesbaden. In Wiesbaden? In Wiesbaden, John McEnroe ist in Wiesbaden, hier um die Ecke. Echt? Quasi bei uns, ja. Knaller. John McEnroe ist in Wiesbaden geboren. Auch ein enfant terrible des Tennis-Sports. Und hier sieht man seine kleine Schwester. Könnte man meinen, ja. Ganz wie mit John McEnroe. Und wenn man hier die Zeitreise... Hier, Breakdance, John McEnroe. Geil, Stirnband in Knallrot. Super Typ. Ja, wie gesagt, auf dem Platz auch immer mal ein bisschen rumgepöbelt. Aber ein sehr erfolgreicher Tennis-Spieler. Ja, mein Gott. Ja. Kann man mal sein. Was war denn 1980? Achso, 1980 in Frankreich war der längste Verkehrsstau aller Zeiten. Und der war mit 175 Kilometern angegeben. 175 Kilometer, muss ich mir vorstellen. Überleg mal, du fährst Autobahn, siehst eine Ausfahrt und in dem Moment kommt die Radiomeldung. Achtung, fahren sie von der Autobahn ab, weil vor ihnen sind 175 Kilometer und du weißt in dem Moment, dass du dich da hinten anstellst. Da kannst du komplett die Nerven gegen dir. Ja, aber das ist ja, 175 Kilometer sind so ungefähr zwischen Köln und Frankfurt. Ja, das ist sogar noch mehr. Kommt zu hinten. Kommt zu hinten. Ja, komm. Köln, Frankfurt so ungefähr. Knaller. Komplett im Stau. Komplett im Stau. Fahr doch nach Hause. Da würde ich ausrasten. Das war am 16. Februar 1964. Am 16. Februar 1964 wurde Willy Brandt, der Willy, der Willy Brandt. Von der Biedemeyer, der Willy? Nee, von der SPD, der Willy Brandt, der Willy Brandt, der wurde zum Parteivorsitzenden gewählt bei der SPD. Er war ja der vierte Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Später. Ja, von 69 bis 74 dann. Also fünf Jahre hat er gebraucht, um dann Bundeskanzler zu werden. Genau. Aber, wie gesagt, da hat er schon mal Parteivorsitzende angefangen. 1964. Und heute, am 16. Februar, ist ja auch Nationalfeiertag in Nordkorea. Nordkorea. Heer, heer, Nordkorea. Tag des strahlenden Sterns, sagt man, Geburtstag von Kim Jong-il. Kim Jong-il, okay. Und das ist die Flagge hier von Nordkorea. Hättest du es gewusst? Nee. Nee, ne? Also, nee. Ich hätte es irgendwo in was Asiatisches, aber... Wie, was Asiatisches? Das sieht doch so asiatisch aus. Das sieht aus wie der Shogi Wanoki-Stern, so ein bisschen. Sascha, das sollen die Leute nicht wissen. Nee, aber wir haben nichts mit konnten. Wir haben den Kim Jong-il gesagt, dass wir es nicht laut sagen. Ja, die haben das von uns abgeleitet. Sascha. Auf jeden Fall. Sascha, der Kim Jong-il hat gesagt, er will es nicht, dass es öffentlich wird. Na ja, er hat Pech gehabt jetzt. Ja, Pech gehabt. Jetzt raus. Das war Daily, dein tagesloses Angeberwissen. Heute hatten wir Willy Brandt, Kim Jong-Dingster. Und Frankreich, längster Stau, 150 Kilometer. Und der John McEnroe-Geburtstag. Auch noch. Happy Birthday, John McEnroe, sage ich. Und Cheerio, Miss Sophie. Gude. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020